Zitex. Textile Dienstleistungen. Präsentiert von Sebastian Mansouri. Wer ist eigentlich Zitex? Hm, in Deutschland und Österreich arbeiten mehr als 5000 Menschen für Zitex. Zitex ist aber nicht ein großer Konzern, sondern die Summe aus vielen Familienunternehmen. Familienunternehmen, für die Mehrwerte zählen als der reine Profit. In unseren Regionen heißen wir Ulmer, Voss, Weißtex, Vidi, Moog, Sanatex, Bringtextil, Kafa, KDS, Zitex, Bozabal und Umloft. Dort, also zum Beispiel im schönen Minden in Nordrhein-Westfalen, sind wir regional verwurzelt und ganz nah dran an unseren Kunden. Hier in unserer Region schaffen wir Arbeitsplätze und bilden junge Menschen aus. Wir von Zitex sind genau diese Ulmers, Voss und... Na, Sie wissen schon, nur dass wir in Deutschland und Österreich kooperieren. Und zwar in genau den Bereichen, in denen Sie als unsere Kunden von der Kooperation profitieren. Und diese Kooperation... ...heißt Zitex. Zitex ist ein textiler Dienstleister. Und wäscht? Natürlich Wäsche. Beim Zitex-Partner Voss in Wuppertal sind das 72 Tonnen am Tag. Zitex als Gruppe bearbeitet eine Tageskapazität von mehr als 760 Tonnen. Ein so hohes Volumen bedeutet für Zitex viel günstigere Einkaufskonditionen, die wir über Voss an alle Kunden weitergeben. Zitex handelt also in Deutschland und Österreich und denkt regional. Und andersrum. Unsere Zitex-Partner führen mit den Kunden Kontakt auf Augenhöhe. Schließlich wollen wir ja wissen, was unsere Kunden brauchen. In der Gruppe setzen wir die Wünsche unserer Kunden schnell um. Und jeder Kunde profitiert. Also nicht nur die 300 Kunden von Voss, sondern alle 7000 Kunden von Zitex. Wie stark wir als Gruppe sind, beweist auch unser ausgeklügeltes Textilmanagement-System. Bei aller Bescheidenheit. Aber Zitex verfügt eben nicht nur über die Verbrauchsdaten und Kostenanalysen von ein paar wenigen Betten und Mitarbeitern. Über viele Jahre hat Zitex streng anonymisierte Verbrauchsfakten von mehr als 340.000 Betten und einer Million Mitarbeitern aus dem Bereich der Mietberufsbekleidung recherchiert, ausgewertet und vergleicht diese ständig mit dem tatsächlichen Verbrauch aller Kunden der Zitex-Partner. Aha. Die kleinsten Ausrutscher werden da sofort aufgedeckt. Für alle Zitex-Kunden bedeutet dies absolute Kostentransparenz und Sicherheit, dass man mit seinem eigenen Betrieb, was die textile Dienstleistung angeht, up-to-date ist. Apropos up-to-date. Zitex kennt sich richtig aus, wenn es um OP-Textilien und Instrumentensterilisation geht. In unseren streng kontrollierten Räumen werden OP-Textilien kundenspezifisch zusammengestellt. Mit größter Sorgfalt. Versprochen. Und was ist das hier alles? Berufsbekleidung. So weit das Auge reicht. Zitex ist ein ganz großer. In der Vermietung von Berufsbekleidung. Und reinigt täglich mehr als eine Million Kleidungsstücke von Mitarbeitern. Unsere Kunden beliefern wir natürlich höchstpersönlich mit einem eigenen Fuhrpark von 350 LKWs. Oder nehmen wir innovative Technologien, womit wir auch schon wieder beim länderübergreifenden Handeln und regionalen Denken werden. Wenn es eine Idee gibt, die unseren Kunden echte Vorteile verschafft, dann setzen wir diese Idee bei allen Zitex-Partnern um. Zum Beispiel das barcode-basierte Bewohnerwäschesystem pro Persona. Einst durch den Zitex-Partner Voss in Wuppertal eingeführt, profitieren heute in Deutschland und Österreich mehr als 96.000 Menschen in über 1.000 Senioren- und Pflegeheimen von einer fachgerechten, personalisierten und schonenden Wäsche. Und Sie als Zitex-Kunde von absoluter Kosten- und Verbrauchstransparenz.